Ich bin vor sechs Jahren eben bei der Piste gewesen, Pistendraupen fahren, aber es ist bei uns hier unten in der Strasse so flexibel auch für die Arbeitszeiten und man kann sich sehr einteilen. Wenn es viel Schnee macht, viel Leid im Tal sein, dass das auch mit der Sicherheit für die Lawinensituation her passt. Davor muss man noch mit den Hubschrauber sprengen, bringt man zeitlich auf, das ist die größte Herausforderung. Davor muss man noch mit der Karte sein, wenn es viel Leid im Tal sein soll. Das ist die größte Herausforderung. Ich bin vor zwei Jahren, das ist die größte Herausforderung.